Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wieder mal ein Tutorial. Und zwar wie man sich eine Umfrage oder ein Video in sein Video reinpackt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ja, dazu gehen wir erstmal auf die normale YouTube App. Gehen dann hier auf euren Kanal. Geht dann hier auf... Nee, warte. Nee, 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 nee. Falsch, 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 falsch. Home, Menü. Also, wir gehen wieder auf YouTube. Nee, 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 das ist falsch. Also, wir starten nochmal. Neu YouTube. Also die YouTuber. So. Wenn sie denn lädt. Okay, sie hat geladen. Dann geht ihr hier drauf. Dann geht ihr auf meine Videos. Dann seht ihr hier schon meine Videos. Und... Ja, wenn ich jetzt hier mal aufs letzte Glitch raufgehe... Ich muss den Ton ein bisschen runter machen. Ja, ist eigentlich okay. Dann geht hier oben schon dieses I. Und wenn ich jetzt da draufgehe... Ähm... Wenn ich jetzt da draufgehe... Okay, das war das falsche Video. Äh, das war Let's Teach, genau. Da hab ich das gemacht. Hab ich hier Info. Und da war hier ne Umfrage. Ja, und die hab ich dann halt da eingeblendet. Hier ist mein letztes Video. Und hier halt die Umfrage. Ähm... Ja. Wie wir das machen, das zeig ich euch jetzt. Also, ihr ladet hier erstmal ganz normal euer Video hoch. Äh, da ich das Let's Glitch, das neue, noch nicht produziert habe, geht jetzt nicht. Darum zeig ich euch das mit meinem Intro. Da hab ich nämlich nur nix eingeblendet. Oben. Und, ja. Dann gehen wir mal auf den Homemenü-Button. Dann gehen wir wieder auf Google. Und dann öffnen wir YouTube wieder mit Chrome. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil man sonst die Desktop-Version nicht anwenden kann. Und ich muss den Aufnahme-Button kurz da wegpacken. Na, ich packe den mal hier unten kurz hin. So. Wir gehen also dann wieder auf Desktop-Version anfordern. So, ich drehe das mal kurz. So. Dann sehen wir hier schon, wie sich die Seite aufbaut. Dann geht ihr auf... Äh, erst mal muss ich ranzoomen. Ganz groß. So. Hier habt ihr jetzt Start und Trends. Und dann gehen wir auf das. Ja, wenn es denn laden würde. Auslädt. Jetzt baut er irgendeinen Scheiß auf. So, jetzt sind wir hier. Dann sind wir auf meinen Kanal. Ich zoome mal wieder raus. So. Dann geht ihr hier auf Video-Manager. Und dann geht ihr... Dann werden euch hier eure Videos angezeigt. Jetzt muss ich den Aufnahme-Button wieder da oben hinpacken. Dann geht ihr hier auf das Video, was ihr haben wollt. Also, ich gehe jetzt auf mein Intro, weil ich das hier bearbeiten will. So. Dann geht ihr auf Bearbeiten. Und dann geht ihr auf Infokarten. So. Dann... Könnt ihr hier das Video abspielen. Das ist ein Lad. Und übrigens wird heute wahrscheinlich noch ein Lad-Glitch kommen. Und zwar ein Secret Room in der Lifeboat-Lobby. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Also, auf jeden Fall wird jetzt hier bei mir eine Fehlermeldung angezeigt. Ihr geht dann aber einfach auf Karte hinzufügen. Und dann seht ihr schon, könnt ihr hier eine Abstimmung hinzufügen. Einen Link, einen Kanal, eine Abstimmung oder halt ein Video. Ich gehe jetzt halt auf das Video, gehe dann auf erstellen. Und dann sieht man hier schon, was ich da einfügen könnte. Ich kann jetzt zum Beispiel das letzte Karte einfügen. Und dann gehe ich auf Infokarte erstellen. Und dann haben wir hier oben den Infobacken. Können wir auch gucken. Okay, er spielt's ab. Okay. Musik fällt gerade etwas. Also die Abstimmung war nicht ganz gut. Aber, okay. Hier haben wir... Mal gucken, vielleicht jetzt. Hier sehen wir jetzt empfohlen. Let's glitch. Lifeboat out of map. Gut, das funktioniert also. Und dann gehen wir hier oben auf diesen Zurück-Pfeil. Und ja, dann geht ihr wieder raus. Dann müsst ihr einmal YouTube neu starten, damit ihr das digitalisiert. Geht dann auf die YouTube-App. Dann gehe ich auf meine Videos wieder. Und dann auf das Video, wo ich das gerade eingefügt habe. Dann seht ihr schon hier oben das I. Und dann geht ihr da drauf. Und hier ist euer Video eingeblendet. Und das Ganze geht natürlich genauso am PC. Heißt, wer es auf dem PC nur YouTube hat, der kann es auch gerne so auf dem PC machen. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder auch ein Like. Wir sehen uns dann heute Abend wieder. Bis dann. Ciao, ciao.